Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herbstruck im Nürnberger Land. Unsere Kunden, die Teilnehmer an den Kochworkshops, haben uns gebeten, doch nochmal zu zeigen, wie das Schneiden von der Zwiebel geht. Und deswegen zeige ich es ganz kurz, dass man es im Video mal nachlesen kann. Ganz normale Zwiebel, die zunächst halbieren, das geht am besten mit einem Jungeniermesser. Und den Strunk dran lassen und jetzt schälen, indem man hier anpackt, nicht schneidet, sondern einfach nur zieht. Damit kann man die Zwiebel im Prinzip auf einmal hier schälen. Wieder hier anpacken, nicht richtig schneiden, sondern eher so festhaltig. Ratsfatz ist so die Zwiebel geschält. Und jetzt nimmt man alle Finger einziehen, vor allem den Daumen auch. Und das Messer hat immer Kontakt mit dem Knöchel hier. Man zieht nach hinten und lässt das Messer hier aufs Holz auftatsen, sodass ich diese Fächer schneiden kann. Jetzt habe ich die Zwiebel, die halbe Zwiebel, immer noch im Ganzen und ich drehe sie um 90 Grad. Jetzt gibt es ganz exakte Menschen, die schneiden hier noch so ein. Muss man nach meiner Überzeugung nicht, aber das macht jeder anders, das spielt keine Rolle. So habe ich gelernt. Jetzt wieder alle Finger einziehen, da ran datzen und jetzt kann ich hier mit einem ziehenden Schnitt nach hinten einfach wegziehen. Und jetzt wird es ein bisschen blöd, da wird es jetzt zu steil. Jetzt klappt man die Zwiebel so nach vorne, da kann man sie da am Strunk sehr schön halten. Ich mache hier einige Schnitte und jetzt kann ich sie wieder zurückklappen. Und jetzt kann ich diesen ganzen Rest hier wunderbar bis zum Strunk hier schneiden. Ich zeige es nochmal. Also wieder einziehen alle Finger, hier dranbleiben am Finger, nach hinten ziehen, die Fächer schneiden. Das ganze 90 Grad drehen, wieder finale Rettungskralle, alle Finger dranbleiben. Dieser Knöchel hat immer Kontakt mit dem Messer. Nach hinten wegziehen, bis es hier blöd wird. Dann klappen, dann so lang schneiden, wie es so gut funktioniert. Dann wieder zurückklappen und jetzt einfach bis zum Strunk und der Strunk kommt in den Kompost. Wunderbar, also für diejenigen, die daheim noch üben wollten nach dem Kochworkshop oder diejenigen, die sich auf den Kochworkshop vorbereiten wollen, sollen uns Bescheid sagen, wenn sie Interesse haben. Bis bald! Bis bald!